In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Schulübungen oder deine Hausübungen mit Hilfe von OneNote abgeben kannst. Im ersten Teil des Videos zeige ich dir, wie das Ganze am Computer funktioniert, im zweiten Teil des Videos zeige ich dir, wie das am Smartphone funktioniert. Ich befinde mich hier nun in meiner Schulungstestklasse im Bereich Aufgaben. Dort gibt es jetzt eine neue Aufgabe, Demo-Aufgabe Foto einfügen. Wenn du nun auf diese Aufgabe klickst, siehst du hier im Bereich Meine Arbeit die Demo-Aufgabe Foto einfügen und davor das OneNote-Symbol. Möchtest du nun also ein Foto deiner Aufgabe in diese OneNote-Seite einfügen, geht das ganz einfach hier über die Aufgaben-Oberfläche in Teams. Du klickst auf das Drei-Punkte-Menü. Dort hast du dann drei Auswahlmöglichkeiten. Die erste Auswahlmöglichkeit, in Teams öffnen, funktioniert derzeit nicht, da aufgrund des großen Ansturms auf Teams Microsoft hier die Möglichkeiten von OneNote direkt in Teams eingeschränkt hat. Der zweite Punkt, in OneNote öffnen, würde OneNote auf deinem Computer öffnen. Hast du OneNote auf deinem Computer installiert, wäre das auch eine Möglichkeit für dich. In diesem Video möchte ich dir allerdings nur zeigen, wie wir das Ganze mit der Online-Version von OneNote erledigen, da diese keine Installation benötigt. Du klickst also nun auf In OneNote Online öffnen. Es öffnet sich nun in deinem Browser-Fenster das OneNote-Fenster. Auf der linken Seite siehst du die Übersicht über die Abschnitte. Hier, in diesem Bereich, siehst du deinen persönlichen Abschnitt. Hier müsste dein Name stehen und darunter dann die Abschnitte für Arbeitsblätter, für die Hausaufgaben, für Quizfragen und in diesem Fall für die Schulübung. Im Abschnitt Schulübung liegt nun auch eine Seite Demo-Aufgabe Foto einfügen. Hier handelt es sich um die heutige Übung. Im Moment kannst du hier noch nichts einfügen. Dazu musst du rechts oben auf Notizbuch bearbeiten gehen und du möchtest hier direkt im Browser bearbeiten. Nun ändert sich die Ansicht von OneNote und du hast die Möglichkeit, auf dieser Seite Änderungen vorzunehmen. Du kannst dann mit der Maus auf die Seite klicken. Es öffnet sich dann hier ein Container und hier könntest du beispielsweise auch Dinge hineinschreiben, wie zum Beispiel Hallo. Das ist aber jetzt nicht die Aufgabe, die zu erledigen ist. Wir sollen ein Bild einfügen, das du von deiner Hausübung oder von deiner Schulübung gemacht hast. Das Einfügen funktioniert über den Menüpunkt Einfügen. Hier gehst du dann auf Bild. Du hast dann wieder drei Möglichkeiten. Entweder ein Bild aus einer Datei einzufügen. Diese Datei muss bereits auf deinem Computer gespeichert sein. Ein Bild von einer Kamera einfügen. Hier könntest du die Übung also noch fotografieren. Oder ein Bild von einer Onlinequelle einfügen. Das ist aber jetzt für die Schulübungen und für die Hausübungen nicht relevant. Ich nehme ein bereits eingescanntes Arbeitsblatt, das ich bearbeitet habe. Ich klicke also auf Aus Datei, kann hier dann Datei auswählen, navigiere dann zum richtigen Ordner, wähle meine Datei aus und klicke auf Öffnen. Hier siehst du dann den Dateinamen der Datei und du kannst noch einmal kontrollieren, ob es auch die richtige Datei ist. Dann klickst du auf Einfügen und schon wird das Foto von deiner Schulübung oder von deiner Hausübung eingefügt. Mit einem Klick auf das Foto kannst du auch noch die Größe ändern, dass das Ganze noch besser sichtbar ist. Mehr brauchst du hier in OneNote erst nicht erledigen, da OneNote sich wieder automatisch synchronisiert und somit auch dein Bild nun bereits gespeichert ist. Ich kann nun dieses Browser-Tab wieder schließen und lande wieder hier in Teams. Möchtest du kontrollieren, ob das Ganze funktioniert hat, kannst du wieder aufs Drei-Punkte-Menü klicken, in OneNote Online öffnen und du siehst, auf dieser Seite ist nun deine Schulübung eingefügt. Ich schließe OneNote und dann bitte nicht vergessen, in Teams auch wieder auf Abgeben zu klicken und somit ist die Aufgabe nun abgegeben. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du OneNote auf deinem Smartphone einrichten kannst, wie du Bilder deiner Aufgaben in das Notizbuch einfügst und die Aufgabe in Teams wieder abgeben kannst. Als erstes installierst du dir die OneNote App, entweder aus dem App Store oder aus dem Play Store. Dann kannst du diese App öffnen. Als erstes erhältst du eine Info zum Thema Privatsphäre. Dann noch, ob du Daten an Office senden möchtest. Ich würde dir hier empfehlen, auf Ablehnen zu klicken und hier in diesem Fall noch auf OK. Dann musst du dich mit deiner Schul-E-Mail-Adresse anmelden, um auch Zugriff auf deine Notizbücher zu erhalten. Noch das Passwort eingeben. Und schon bist du nun startklar, um mit OneNote zu arbeiten. Derzeit ist noch kein Notizbuch geöffnet und ein Notizbuch öffnen funktioniert über den Button Weitere Notizbücher. Hier werden nun alle Notizbücher aufgeführt, mit denen du arbeiten kannst. Du suchst dir dann das passende Notizbuch aus, beispielsweise Mathematik 1c oder Mathematik 3c und öffnest das. Ich brauche nun allerdings mein Schulungstestklasse-Notizbuch, das hier an dritter Stelle zu finden ist. Mit einem Klick darauf wird das Notizbuch nun geöffnet. Klickst du nun auf dieses Notizbuch, öffnet sich das Notizbuch. Du siehst hier nun, je nachdem wie das Notizbuch aufgebaut ist, verschiedene Abschnitte. Hast du das Mathematik-Notizbuch geöffnet, kannst du hier nun zugreifen auf alle Schulübungen, die wir in der Schule gemacht haben. Für unseren Einsatzzweck ist jetzt allerdings der Abschnitt mit deinem Namen interessant. Wenn du diesen öffnest, findest du beispielsweise einen Abschnitt für Arbeitsblätter, für Hausübungen, für Quizfragen und für Schulübungen. Haben wir nun in OneNote alles eingerichtet, können wir OneNote schließen und in Teams wechseln. Ich befinde mich jetzt also im Kanal Allgemein meiner Schulungstestklasse. Dort klicke ich auf weitere und komme somit zu den Aufgaben. Wie du nun sehen kannst, ist die Demoaufgabe Foto einfügen hier in den Aufgaben verfügbar. Ich öffne nun die Aufgabe und sehe auch hier am Smartphone wieder, dass hier eine OneNote-Seite in der Aufgabe eingefügt worden ist. Ich klicke nun im Bereich Meine Aufgabe auf die OneNote-Seite und es öffnet sich nun die OneNote-App von deinem Handy. Du landest sofort auf der richtigen Seite mit der Aufgabenstellung. Um nun ein Foto einfügen zu können, klickst du in den leeren Bereich unter der Aufgabenstellung und wählst dann das Fotosymbol. Du hast nun die Auswahl, entweder ein Foto, das bereits in deiner Fotobibliothek gespeichert ist, das du also zuvor schon mit deiner Kamera aufgenommen hast, zu verwenden oder ein Bild neu aufzunehmen. Ich wähle hier nun Bild aufnehmen. Beim Aufnehmen des Bildes siehst du nun einen Rahmen, der vom Programm rund um dein Arbeitsblatt gezogen wird. Hier erkennt OneNote die Umrisse deines Arbeitsblattes und schneidet das Bild auch sofort passend zu. Nachdem du auf den Aufnehmen-Button geklickt hast, siehst du nun das Foto deines Arbeitsblattes vor dir. Du hast nun im oberen rechten Bereich die Möglichkeit, das Foto zu löschen, das Foto noch zuzuschneiden. Hier könntest du beispielsweise unten den leeren Raum noch entfernen, wieder ein Klick auf Fertig oder wenn das Foto verdreht ist, könntest du es mit dem dritten Symbol auch noch rotieren. Beim letzten Symbol könntest du nur noch Kontrasteinstellungen anpassen, beispielsweise wenn du ein Whiteboard abfotografiert hättest oder wenn du ein Foto abfotografiert hast. Für unseren Fall mit Aufnahmen aus deinem Schulübungsheft oder von deinem Arbeitsblatt passt die Einstellung Dokument. Bist du nun also mit deiner Aufnahme zufrieden, klickst du auf Fertig und schon siehst du, dass dieses Bild nun auch in die OneNote-Seite eingefügt wurde. Du kannst nun also OneNote wieder schließen, gehst in Teams und klickst in Teams noch auf den Button Abgeben. Und schon ist deine Aufgabe auch am Smartphone abgegeben, ohne dass du dafür einen Computer gebraucht hast. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, dass du Aufgaben ab sofort entweder am Computer oder am Smartphone digital in OneNote und Teams abgeben kannst. Ich wünsche dir gutes Gelingen und bei Fragen melde dich einfach bei mir.